Ich bin runtergefallen Im Anschluss geht es weiter in der nächsten Folge von Fuckin' Du Ja? Jetzt geht's weiter Ich bin perfekt zum Folgenanfang Runtergefallen Wenn du überlegst, wenn du früher das erste Flug gefeuert hast, ne? Ja, das ist jetzt Ja, das ist angenehm, auf jeden Fall Wie gesagt, tatsächlich die FPS Und ich hab V-Sink noch an Klapp, das hätte ich gehört Ausstellen Ich mach Perfekt 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 Das ist jetzt erstmal Ich mach das dann Wenn wir fertig sind mit der Runde Ich bin in den Eingang Der Res Ops ein für was So, ja, aber weiterlaufen Stimmt aber was Hier steht Teil im Weg Fuckin' komm ich doch mal Da oben muss ich hin Halt sie den Weg finden So ne Sache für mich Ich weiß das ist auch ein GTA so ne Sache für dich Ähm, die Kiste kannst du nicht runterschießen Ähm, die Kiste kannst du nicht runterschießen, die musst du aus, dann musst du hinlaufen Und dann bekommst du ein Teil, ne? Mit der Kiste? Ja, so ne Drohne mit ner Kiste Ja, so ne Drohne mit ner Kiste Das ist ne Dekne Kiste mit dem Krad Achso Dann bist du, meinst du grad was anderes wie ich gedacht habe Wirklich Ja, ich dachte du meinst grad die Waffen-Mod Nein Ich hab nicht so einen Wind, ich fick aber den Weg nicht Ich auch nicht Ja, aber auf der gleichen Stelle Äh, ne ich bin schon in ner anderen Arena Ja, ich bin jetzt so 150 Meter von dem Punkt entfernt wo wir hin müssen Ich bin 92 entfernt 92 290 290 Ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll Müsste ich grad die Stelle tatsächlich sehen, ums dir zu sagen Ich steck grad so da, da steht so ein Smartfahrzeug, das Gitter Ich seh ne Entfernung, so ne Station Ja, die Station seh ich auch, da bin ich auch gleich Ich nicht Fühl mich vielleicht, wenn ich da drauf noch Aber wenn der Kiste auch nicht ist Ach, stimmt, ich bin überlebt Der sieht sich auf jeden Fall kompetent an Hier ist ne Fliege vorne Ja genau, und da kannst du dann ne eine aufgeladen, einen aufgeladenen Schuss oder die explosive Munition auswählen Boah, ich weiß gar nicht was ich haben will Ich hab die explosive Munition genommen und die betäubt ewig viele Gegner auf einen Schuss Ich find die nicht schlecht Irgendwärts Irgendwärts Ja Ah, ich hab mal jedes Mal wieder für meine Schrotze Ja wumms Schnellladen Schnellladen, schnellfeuerer rascher erholen Ich war da aufgeladen selber, einfach nur weil 1220 Schuss wieder für die Shotgun Du musst die Runde weghauen, ist ja auch nice Ich hab's dir nicht gegeben, aus der wachste Kiste aus der Weg So, bin im Eingang Soll ich hier warten oder Soll ich hier warten oder Soll ich ihn weitermachen Guck ich mal, ob ich noch ein paar Gegner zum Schnitzeln finde Nein, ich glaub ich hab alles geflirrt Schade Geht der mir noch? Ach, das fehlt der noch Heiliger Scheiße Ich muss sagen, die Pistole Die Pistole ist auch nicht grad schlecht Ja, du musst dir, wenn du die Komplett auflässt, kannst du so als Sniper nehmen Hab ich meinen gemacht Ja, ich hab auch Ja, aber ich schlitter, ich halte mich Ähm, schon mal weiter, ne? Ja Ja, ich sollte mich nicht selber mit einer Grenade unterwirken Ja, stimmt Ich hab gerade aus, wie sie noch Steuerung gedrückt Die UAC Fortsetzen E1-1 Die erste Mission erfolgreich abgeschlossen Juhu Juhu Sviert nur du Cool Ja 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 Ich hab die Musiker keinen Gamer Welcher? Hörst du im Hinterkopf Musik, oder hörst du im Spiel die Musik? Spiel! Achso, ne, die hat keiner. Gott sei Dank. Zumindest hab ich die ja schon vor bei vielen anderen YouTubern gehört. Ja, aber ich bin keiner YouTuber, ich hab's auch schon mal reingedrückt wieder. Das bist ja auch du. Oh Gott, ich bin jetzt wieder 300... Nee, ich hab's tendenziell zurück zum Anfang gefunden. ...nice one. Mein Gott, ich bin jetzt wieder auf. Ja. Wenn du hier kommst, bin ich wieder zu Anfang. Oh ja, Special Turf. Oh Gott, das geht auch nicht voran in dem letzten Video, ja? Jetzt am lauernden Kreis. Ich glaub. Hier müssen wir jetzt größer. Wo ist den? Ich hab' ne Commentiert. Ah, hier war ich doch nicht. Ich wollte sie noch nicht looten. Ich werd' gegenseitig. Ah, dort wird sie ja auch nicht. Entsich, mach' nicht zu werden. Ich hab' da gewählt. Ne, ich hab' da gewählt. das fiel will mich anbrillen? ok, schiebt dich mit der granate in die fresse wollte ich gerne machen haupt dann will ich die online, cool ich hab ein geheimnis gefunden ich hab mal ein rüstungsproblem gelöst oh, automat gespeichert, nice naja, tante die da gerade war, aber du kannst mich mal was ist denn sowas für nicht mein letzter Moment auf dieser Welt? alter, ich habe ein Auto was? ich habe ein Auto ich habe ein Fahrzeug gefunden genau so ja, ich halte und ich hab meinen ersten Waffenpunkt jetzt endlich mal so jetzt wird die Auflauberzeit zwischen Inklusivschlüssen neee, oder? ich weiß nicht, ich bin mir unsicher, doch komm scheiß drauf mache ich eh, es kostet dann 3 Punkte ach, als ob sich da jemand dran hält ich habe ein kleines Viech fang tot oh, ja oh, ja fluss, 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 komm ich lege gesundheit, hier war irgendwo ein großes Redfick oh, ja oh, ja oh, ja ich habe einen Schnellgespräch mit einem Gegner schießt auf den Weg hm? ich habe einen Schnellgespräch mit einem Gegner schießt auf den Weg ich habe einen Schnellgespräch mit einem Zeitsch mit einem Gegner schießt ne, nicht wirklich ich weiß nicht, dass der gerade down geht, weil der andere direkt vor wäre oh, wo geht's denn jetzt weiter? das ist mein einziges Problem hier ach, da ach, die Tür erkennt man immer so schlecht oh, hier war gerade ein Gegner, der explodiert oh, ne, jetzt habe ich dich gespoilert die Tür ist gut, wenn ich dir soll jetzt sind wir eh rausgefunden, sobald du in dem Ding drinnen bist, aber warum? wenn du sagst, dass du das händest das war der letzte das war der letzte den habe ich erst einiges immer sehen jetzt darf ich die ganze kleine Fakur nochmal machen, aber ok und dann weiß ich schon mal, wo ich hin muss aber ich glaube, ich hätte mich jetzt wieder vergessen aber da ist ja jetzt ein Stück kurz, ne ja oh, komm her, du Scheiß und her, die Viecher die Folge wäre nicht jetzt schon mal einfach nur, weil wahrscheinlich schon wir sind zu lang sowas für Folge 2 von oh, oh, fuck du dann ziehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu fucking du yeah oh, 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 yeah